Hallo zusammen, ich bin Frank Ali und heute ist die zweite Ziehung unserer Verlosung, unserer Aktion und diejenigen, die fleißig unserem Facebook-Account folgen, die haben festgestellt, die ersten beiden Gewinner, Gewinnerinnen in unserer ersten Aktion, die haben wir am Samstag schon entsprechend glücklich machen können. Da habe ich Bargeld überreicht, bin ich los geworden und jetzt geht es um die nächste Ziehung, erinnert euch dran. Eure Aufgabe war, schickt uns entsprechend Rechnungen und Belege eures Einkaufs bei einem Gastronomieunternehmen eurer Wahl im Postleitzahlenbereich 46459 und das haben, sage und schreibe, Moment, da brauche ich zwei Hände für, sechs Leute von euch gemacht und die sind jetzt hier drin und ich werde zwei von diesen sechs ziehen, das mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung haben wir schon wieder vergessen, nächstes Thema bei meiner Tochter im Matheunterricht, deswegen direkt zur Ziehung und ich greife hier rein, Krommelwirbel Nummer eins. Ich ziehe und auch hier, ich benutze immer noch die Selfie-Kamera, deswegen kann man es nicht lesen, der Spiegel verkehrt, Sandra Brömmling. Herzlich willkommen, Sandra. Ich antworte auf die Mail, die du geschickt hast und dann sehen wir zu, wann ich das schnellstmöglich überreichen kann. 15 Euro für dich vom Wirtschaftsforum REES. Sandra Brömmling, herzlichen Glückwunsch. So, einen haben wir noch hier. So, damit auch die sizilianischen Paare zurückgestellt werden. Die zweite Ziehung. Nochmal 15 Euro gehen an. Björn Brunzel. Lieber Björn, 15 Euro für dich. Vielen Dank für deine Zusendung und heute ist zwar der 1. April, aber wir nehmen euch nicht auf die Schippe. Kein April-Scherz. Diese Aktion geht erstmal auf unbestimmte Zeit weiter. Das bedeutet, bis Freitag, Freitag habe ich geschaut, ist der 3. April. Bis Freitag, 3. April 23.59 Uhr wollen wir euch aufzufordern, REESA-Unternehmen weiter zu unterstützen und zwar mit euren Käufen. Diesmal ist die Herausforderung, kauft Gutscheine. Das ist aktuell im Umlauf und wir wollen das fördern. Kauft Gutscheine bei REESA-Unternehmen. Also, wer Einzelhandel schon beglückt hat und aktuell nichts weiter braucht, schaut doch mal in andere Bereiche. In allen Stadtteilen. In Bienen, in Essern, in Haldern, in Millingen, Reeshafen, mehr. Da gibt es so viele Unternehmen, die immer noch irgendwie offen haben, einen Service bieten und vielleicht ist da was dabei, was ihr aktuell brauchen könnt oder, das ist ja das Tolle bei einem Gutschein zu Ostern verschenken könnt oder, beschenkt euch doch selbst, weil manchmal kann man jetzt Dinge kaufen und später nutzen. Also, kauft bitte Gutscheine bei den REESA-Unternehmen, die ihr kennt. Wenn ihr nicht alle kennt und noch mehr kennen wollt, schaut auf unsere Website, wifo-res.de. Da findet ihr zumindest alle unsere Mitglieder, gerne auch bei der REESA-Werbegemeinschaft. Da gibt es noch weitere Mitglieder, denen ihr was Gutes tun könnt. Kauft einen Gutschein, sendet uns ein Foto des Gutscheins zu. Entweder, ich muss nochmal gucken, per WhatsApp an die 0163 700 76 76 76 oder per Mail an dialog at vifo-res.de. Wiederhol nochmal, dialog at vifo-res.de und schickt uns das Ganze bis Freitag, 3.4. 23.59 Uhr. Schickt uns das zu, damit wir dann am Samstag die nächste Ziehung hier vornehmen können. In dem Sinne, vielen Dank, lasst euch ganz stark in den April schicken. Heute ist der 1. April, aber das Allerwichtigste, bleibt zu Hause und gesund. Bis bald, euer Wifo Rees.